Nein, 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 nein Nein, 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 nein Den Täter einzuwirbeln Ich kann dem Angreifer deutlich zeigen, deutlich artikulieren, was ich will Ich zeig's ihnen mal, halt! Oder ich kann Zeugen auffottern, mir zu helfen Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr, bitte helfen Sie mir Oh, Baby, Junge! Junge, es to joke, Alter, ja! Ich mach nur Spaß. Es gibt Dinge, die wichtiger sind als eine Rolex. Klar, zwei Rolex. Jägermeister! Das Einzige, was mich in dieser Geschichte so ein bisschen gewundert hat, das ist, warum hier nur... Karsten! Was ist denn mit Karsten los? Das... Ja, 24 Minuten sind 24 Minuten, Digga. Was siehst du denn von der Marmelade, Gerd? Ich hab ja Marmelade! Hey, was suchst du denn hier? Ich wollte nur mal so ne Uniform anprobieren. Die wolltest du wohl klauen? Komm, komm! Alarm! 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 Ich habe bis jetzt schon so circa 50 Big Tasty insgesamt gegessen. Und immer waren sie warm und lecker. Und heute habe ich den ersten Big Tasty gehabt. Und der Käse war schon außen an der Verpackung festgeschmolzen. Das heißt, das Teil liegt da hinten schon 20 Minuten. Und der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Bis auf das Aussehen. Ich schicke ihm jetzt ein Schwanzbild. Raus, da genau. Na, es liegt da nicht gut, dass du mir zu sagen hast. Ich habe mir eine Mucke mehr an. Raus, da macht aus. Wie bitte? Entschuldigung. Sie, Lixner. Nein. Ich schicke ihn raus. Hat sich.